Moin YouTube! Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Aber was mach ich jetzt gerade in meiner Liste? Äh, ja. Ich schreibe jetzt erstmal dem guten alten Clan Gamer 55, der mir um 16.50 Uhr eine Nachricht geschrieben hat. Äh, den hatte ich gerade angenommen, dem muss ich noch eine Nachricht schreiben. So. Ich hab glaube ich alles gespeichert. Hä? Äh, äh, oh scheiße, das kriegt ja kein Mailporno. Ich muss das ganz schnell löschen. Kann man das nicht irgendwie löschen? Äh, ja. Äh, ja, warte mal. Äh, das müssen wir mal hier machen. Ich hab doch alles vorgespeichert. Das gibt's doch gar nicht. Kein Problem. Machen wir noch ein kleines Smiley hin. Passt immer. Sending on. Yes. Yo, wir spielen heute mal Let's Play Together Black Ops 2. Äh. Oh, was erzähl ich denn da? Das ist doch überhaupt kein Black Ops 2. So, dann. GDR 5. Life. Oh, Mann. Oh, ein schöner Bude, muss ich sagen, Leute. Machen wir mal schön schick hier. What the fuck? Wer ist denn das hier? Craft Dracula? Sieht so ein bisschen aus. Fuck you very much. Jetzt hab ich ein Problem. Ich kann überhaupt kein Englisch. Was heißt fuck you? Äh. Jetzt hab ich schon wieder vergessen, was da stand. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich kann kein Englisch. Muss ich zumal meiner Info sagen. Werfen wir sehen gut aus, oder? Hab ich doch alles am Start hier. Sniper. Pistole. Pistole. Und Social Club. Pro-Gamer halt. Ne, Spaß mit, ey. Bleib mal stehen hier. Guck ich mal nach dem Schalldämpfer. Taktisches Licht. Guck ich mal nach dem Schalldämpfer. Guck ich mal nach dem Schalldämpfer. Dembleiben. Polizei. Dembleiben hat ich gesagt. Hat er ein bisschen Kohle dabei wenigstens? Ne, leider nicht. Schade. Radio aus. Ich hab mich auch geärgert. Ja, ihr wisst ja, ich mach ja mal gerne Let's Plays. Ups. Und das Problem, wenn ich länger als 15 Sekunden Musik-Impf-Video hab, Mann, da kommt die YouTuber an. Und nimm mir die Scheiße weg. Dann kann ich das Ding ja gar nicht hochlacken. Das Ganze nennt sich Urheberrecht. Ah. Egal jetzt. Hier weg, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt eigentlich einen Waffenladen, mir so einen geilen Fallschirm kaufen, dann macht ich richtig geilen Schampen. Was ist denn das? Ein Würstchen-Stand? Oh, Mann. Ah, Gottes Willen. Perfekt, ihr Seis-Bullen. Ihr kriegt mich bestimmt nicht. Na, da muss ich mal einen Elektroshocker rausholen. Guck mal, der macht Breakdance. Komm rein, der Breakdance macht. Yeah. Breakdance. Ist Gangster-Paradise. La 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 la. Wow. Nein. Ah. Scheiße. Headshot, Alter. Seht ihr das? Direkt in den Kopf rein. Hm. Aua. So. Wieder Geburt. Ein paar Schramm habe ich aber eingesackt. So, was macht der da vorne hier? Guck mal, sieht ihr den? Was macht der? Sieht aus, als ob ich hier koksen würde. Nee, das ist nicht. Was ist denn der? Ja, das sieht mir irgendwie so gefährlich aus hier. Guck's ihn mal an. Hallo? Hallo, junge Frau. Bleiben Sie mal bestehen? Hey. Nein, das ist eine Granate. Oh. Guck. Alter, ich wollte den Elektroschocker nehmen. Vielleicht lebe die Frau noch. Hallo? Hallo? Ich glaube, die ist tot. Oh, jetzt fahren die ganzen Autos weg, als ob hier eine Bumbo gegangen ist. Hallo? Könnt ihr mal bitte stehen bleiben hier? Jetzt reicht's mir. Den nächsten halten wir an. Was versprechen ich euch? Den shoppen wir. Nein! Nein! Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Boah, geil, Alter. Oh, das muss ich auch in die Karre. Boah, vor den Kopf rein. Komm, den shoppen wir mal bis zum Tod. So, wir müssen hier anziehen. In die Eier rein. Na, das tut immer weh. Das muss ich mir vorstellen. Naja, machen wir den Leben am Ende. Dankeschön für die Karre. Ich nehm die mal, ne? Dankeschön. Machen wir mal das Dach noch rein. Edel, edel. Oh, oh, jetzt kommen wir durch die Bullen. Das ist ja sowas für klar. Stier. Ah, just in case I wouldn't have it enough fun already. Hähn, Spuren, Alter. Ich hab's gut ausgedrösten. So. Boah, habt ihr das gerade gesehen? Wie die Kammer hier wegfliegt? Ne, wir wollen jetzt mal was machen. Und zwar, ich hab ja Sprengstoff am Start. Und jetzt können wir das mal machen wie diese Terroristen. Die Top-Terroristen. Heißt, Sprengstoff anbringen. Jetzt muss ich Angst machen. Und dann gucken wir mal zu, wie die explodiert. Boah. Fliege weg. Fast beiseite. Okay, jetzt geht auf. Jetzt geht auf. Jetzt kommt gleich die Bullen, die wollen bestimmt töten. Na, die kriegen die nicht. Warum? Warum? Goodbye, mein Lover. So, boom. Und außer Gefecht. Jetzt guck ich mal, ob mir der Typ schon geschrieben hat. Ein Abonnent von mir. Nigger Sam Mike Klaus hat mir geschrieben, bitte Adam. Ich hab dein Video geschaut, hab's abonniert und Like. Bitte können wir zusammen zocken. Können wir das Game hier auch. Klar, können wir auf jeden Fall mal, wenn was frei ist. Oder hätte einfach der Junge Zocker JT. Nämlich da ist immer was frei. Fast immer. Uff. Ja, da bin ich wieder, Leute. Es war echt ein krasses Let's Play. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich wäre ja nicht YouTube Games kommen, wenn ich nicht noch etwas im Pedo hätte, was extrem ist. Und ja, ich bin wirklich ein geschmacksloser Let's Player. Aus dem Grund werden wir diese junge Frau, die wir hier sehen, mit dem Messer schnell noch abschlachten für euch. Für die Hardcore sogar. Die guckt nur hier ein bisschen Justin Bieber an oder irgendwas. Und ciao, Leute. Ich sage ciao und eh, ja. Am Morgen vielleicht da ein bisschen Call of Duty Ghosts und so. Ciao. Jupp. Jupp.